Also wir stehen vor einer Krise, oder wir sind schon mittendrin eigentlich, schon seit Jahren und alle sagen es und keiner hört drauf, weil wir hier in Berlin sitzen oder in Deutschland sitzen und ja, okay, der Sommer war ein bisschen warm, aber pfff. Die Polarkappen schmelzen in einem Tempo und wir können es sehen, aber es ist anscheinend noch nicht emotional genug, als dass wir es irgendwie richtig fühlen können und deswegen ist es wichtig, dass wir es wahnsinnig emotional machen und dass wir es irgendwie auch wahnsinnig bedrohlich machen und trotzdem glaube ich, ist es wichtig, dass wir daraus auch eine Kraft entwickeln, die hoffnungsvoll ist, die voranschreitend ist und die uns neue Wege zeigt. Das heißt jetzt nicht, dass wir jeden Tag da sitzen und irgendwie eine traurige Miene haben und sagen, ja, ist alles so scheiße, sondern dass wir einfach sagen, okay, so sieht es aus, Leute, es ist ein Krisenstand, wir müssen uns irgendwie alle auf den Weg machen, wir müssen irgendwie alle loslaufen, wir müssen der Politik sagen, dass wir sie brauchen. Vielleicht ist die Krise wichtig, um zu sehen, dass wir einfach was tun müssen, dass es halt so nicht weitergeht und dass daran ja auch eine voll tolle Chance sein kann.